Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Querfurt. Das Objekt wurde 1930 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 39.900 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Wir informieren Sie gerne. Wir informieren Sie gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.